Nach jahrelangem Hinfiebern quasi, habe ich es doch in der letzten Zeit mal geschafft, das erste Spiel, was ich geplant hatte, von ein oder anderen weiteren Projekten zu veröffentlichen. Und jetzt nicht nur, wie es früher mal war, so ein bisschen so, ja, ich bastel da was im Kinderzimmer zusammen und dann lade ich das irgendwo hoch und biete es kostenlos an. Nein, diesmal ist es richtig, damit kann man sogar Geld verdienen. Und damit sollte man natürlich vielleicht auch einige Sachen mehr beachten, als nur bei so ein bisschen, ich arbeite ja in meinem Kinderzimmer vor sich hin und mache ein bisschen was. Das Spiel oder allgemein ein Spiel zu veröffentlichen ist jetzt nicht so schwierig. Man kann sich für umgerechnet so 85 Euro bei Steam einkaufen und dann kann man das veröffentlichen, was man so gerne hätte. Diese Steam Greenlight-Funktion von damals, ich weiß nicht, vielleicht sagt dir Antonin auch was? Ja, auf jeden Fall. Da wurde quasi von der Community entschieden, ob das Spiel, was dort bei Greenlight eingereicht wurde, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und das ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Also man kann jeden Rotz und Rödel kann man bei Steam veröffentlichen, wenn man das gerne möchte. Und man kann dafür einen Preis verlangen, ob das natürlich die anderen Leute kaufen ist. Das ist, naja, eine andere Sache. Jedenfalls sind damit ja erstmal die Grundlagen geschaffen, um ein Spiel zu veröffentlichen. Und wir möchten uns heute mal der Frage widmen, wie ist es denn so? Denn wenn man damit ja so ein bisschen seinen finanziellen Unterhalt verdienen möchte, dann hat das natürlich noch ein bisschen anderen Beigeschmack. Kurz auch noch ein bisschen mehr zur Historie. Ich mache das ja nicht, also das Spiel, was ich veröffentlicht habe, das mache ich nicht alleine. Wir waren zu dritt. Und da gibt es immer viele Sachen, die da auch schief laufen können, besonders zum einen die Kommunikation. Neben der Kommunikation, die ja ganz wichtig ist, ist auch die Zielvorstellung ein ganz interessanter Punkt. Wir haben uns da regelmäßig verschätzt, weil wir immer zum Glück nicht öffentlich, sondern nur intern mit Daten gearbeitet haben zur Veröffentlichung, die irgendwie fernab von gutem Böse waren. Wir hatten auch, und das war auf meinem Mist gewachsen, wie gesagt, wir haben es jetzt ungefähr so Ende April das Spiel veröffentlicht. Und wir hatten so im September letzten Jahres, hatten wir so gesagt, okay, wir nehmen noch ein bisschen mehr mit in den Initial-Release mit rein. Naja, und das Interessante an der ganzen Tatsache ist, dass das Meme mittlerweile entstanden ist daraus, weil ich gesagt habe, ja, das wird uns schon nicht das Genick brechen. Naja, war dann vielleicht doch ein bisschen anders. Es ist sehr gut, dass Meme dabei ist, aber dadurch, dass wir ungefähr den Inhalt, zumindest was einen bestimmten Posten betrifft, verdoppelt haben ungefähr, war das nochmal ordentlich was an Arbeit, die ich absolut unterschätzt habe. Also ich habe dann mittlerweile aufgehört, irgendwelche Release-Daten mir selbst in den Kopf zu setzen. Ich habe aufgehört, irgendwelche Schätzungen zu machen. Und ich kann ungefähr dazu sagen, wenn ich irgendwelche Schätzungen mache, dann einfach das da bitte draufrechnen oder so, dann wird es vielleicht stimmen. Das ist das, was ich da halt mir ausgedacht habe, wie lange das dauern könnte. Das ist nicht so gut. Und wenn man dann immer so weiter Richtung dem Release kommt, dann wird es natürlich von der Arbeitsweise her ein bisschen, ja, sagen wir es mal rubbiger, man macht es ein bisschen, man kleistert halt irgendwie was zusammen so ein wenig. Hauptsache es sieht schön aus, wie es im Hintergrund aussieht, so hoch. Wer weiß das schon wieder. Und man macht so ein bisschen solche Aktionen wie, ja, das kann man ja noch danach machen, das kann man ja noch danach machen, das kann man ja noch danach machen. Prinzipiell ja, aber es muss natürlich ein zusammenhängendes Produkt angeben. Also man kann ja nicht gefühlt alles auf nach dem Release verschieben, sondern sollte ein stimmiges Produkt schon zu Release anbieten. Ja, das war auch eine ordentliche Hürde, die uns nochmal ein paar Wochen, wenn nicht sogar Monate, gekostet hat. Nun ja, und deswegen ist die Entwicklung absolut nicht zu unterschätzen. Und ja, man kann sich da, wie gesagt, deutlich verschätzen. Ich habe ja, wie gesagt, noch ein, zwei weitere Sachen in Planung und da habe ich mir doch deutlich andere Ziele jetzt gesteckt. Ich hoffe, also mittlerweile mache ich keine Voraussagen mehr, sondern ich hoffe einfach nur noch, vielleicht kann ich auch noch glauben, vielleicht werde ich noch gläubig, konvertiere zum Christentum oder so, keine Ahnung. Ob mir das hilft, ich glaube nicht. Aber da sind wir es wieder, ich glaube. Ich bin mir unschlüssig. Ich glaube, es hilft nicht. Also dieses beständige Unterschätzen des Arbeitsaufwandes, kenne ich ja auch persönlich von der Veröffentlichung von Musik aller Art. Zuletzt erst wieder, derzeit sind wir im Release in einem neuen Single mit drei Songs. Da habe ich auch den Produktionsaufwand vollkommen unterschätzt. Da habe ich die letzten Tage auch echt lange gesessen, um das Release-Date noch zu schaffen. Also die Veröffentlichung selbst liegt noch vor uns, allerdings muss das Ganze im Vorfeld irgendwie online bereitgestellt werden. Genau. Ich kann zumindest sagen, wie bei uns noch der Release-Tag war, das war sehr, ja, vielleicht auch ein bisschen anders angenehm, weil wir nicht wirklich was angekündigt hatten. Wir hatten das quasi, nachdem wir wussten, okay, das wird jetzt der Release-Kandidat, haben wir den noch ein bisschen testen lassen und haben dann noch ein bisschen so Aufstellungen machen lassen, was muss unbedingt vor Release gemacht werden, was muss unbedingt, also was kann auch nach Release gemacht werden. Und da hatten wir noch ein, zwei Sachen, die wir da einpflegen durften. Und ich habe so mit irgendwann Sarkasmus dann noch mehr zu helfen gewusst, weil ich habe gesagt, okay, die Aussage, dass morgen Release ist, erhöht sich pro Tag die Wahrscheinlichkeit um eine Neun nach dem Komma. Wir waren dann irgendwann bei 99,999 Prozent angelangt, also irgendwie drei, vier Tage haben wir noch gebraucht, bis dann auch die Tester nichts mehr gefunden haben, was gesagt wurde, okay, das ist ganz traurig. Und demnach waren wir dann an dem Tag selbst, das war irgendwie am Vormittag, habe ich noch weiter Videos produziert, dass wir halt auch die Ersten sind, die da die Videos zum Besten geben, weil manchmal hat man das dann leider doch, dass Leute, die das als Day-One-Aktion kaufen und dann ein Video davon machen, dass dieser Eindruck ein falscher sein kann, dass diese Leute dadurch, dass sie sich halt mit dem Produkt nicht auskennen, falsche Sachen machen. Also viele gerade so Leute, die Let's Plays machen und so habe ich festgestellt. Und Funfact, vor ungefähr sieben Jahren oder so habe ich auch das mal beim Spiel gemacht und habe damit ein paar YouTube-Abonnenten hinzubekommen. Aber das war halt so, man macht halt schnell, schnell, man informiert sich nicht über das Produkt und dann sitzt man da, erstellt ein Video und dann hat aber jedes Spiel ja seine Eigenheiten und huch, man hat keine Ahnung von den Eigenheiten. Und genau diesen Effekt wollten wir abfangen, indem wir eigentlich das, was diese Leute zeigen, würden selbst zeigen. Ja, das ist ein guter Weg. Und daher war es so gewesen, dass ich an dem Abend vor dem Release und dann bis 15, 16 Uhr vielleicht nur Videos produziert habe und dadurch von dem Release selbst eigentlich gar nicht so viel mitbekommen hat. Weiterhin hat man bei Steam sind die Zahlen ungefähr drei, zwei, drei Stunden Verzug erst da, was die Finanzinformationen und die verkauften Einheiten und so weiter anbelangt. Jedenfalls hatte ich mir aber auch selbst gesagt, ich will mich nicht irgendwie davon leiten lassen, dann jede Stunde reinzuschauen und habe dann erst 18, 19 Uhr oder so reingeschaut. Also dadurch, dass ich halt auch über den Tag so viel Stress hatte mit den Videos, dass ich da Hauptsache der Erste bin und wenn ich da irgendwelche dreieinhalb Gigabyte Videos erst mal rendern lasse, dauert das vielleicht eine halbe Stunde und hochladen ist jetzt auch dreieinhalb Gigabyte. Das ist jetzt auch nicht mal so eben getan. Wo ich das alles fertig hatte, dann war die Aufregung weg, dann fiel so ein bisschen die Last von den Schultern und als wir dann gesehen hatten, dass es natürlich viel Positives entgegenkommt und dass wir, ja, gute Zahlen schreiben, war natürlich auch noch die Aufregung weg und auch, ja, wie gesagt, das war ja zu Beginn schon ein bisschen die einleitenden Worte, dass ich damit auch ein bisschen meinen Lebensunterhalt verdienen möchte und wenn man nach, keine Ahnung, sieben Jahren oder so, wenn man jetzt eher so Student und so nebenbei gearbeitet hat, wenn man da mal ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hat, ist es vielleicht nochmal ein anderes Gefühl, dass auch tatsächlich mit was, mit seinem eigenen Traum, nennen wir es mal, die man so seit Ewigkeiten verfolgt hat, zu verdienen, ist nochmal ein komplett anderes Gefühl, als irgendwie, keine Ahnung, für 40 Stunden in einem Büro sitzen und zu sagen so, yay, wann ist Feierabend? Ist jetzt Feierabend? Ist jetzt eigentlich Feierabend? Wann war nochmal Feierabend? Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das ist ja bei mir mit der Musikproduktion der Fall, wobei da zugegebenermaßen nicht die Gehälter reinkömen, um sich damit zu 100% über Wasser halten zu können. Was ganz gut geht, ist nach wie vor Merch. Das ist natürlich im Musikbereich immer eine gute Sache, wenn man neuen Merch veröffentlichen oder veräußern kann. Aber was mir natürlich noch bei dir auffällt mit dem wandernden Release-Date oder eben keinem konkreten festen Release-Date, ich habe das eine Weile lang so gemacht, ich fand das dann aber persönlich zu stressig, aber das ist natürlich wiederum typabhängig. Ich finde es mittlerweile schöner, ein festes Release-Date im Vorfeld zu haben, sondern alleine für das ganze Marketing-Fenster und dann darauf hinzuarbeiten. Dann muss man natürlich dazu sagen, dass wir als Dreiergespann das das erste Mal gemacht haben und einen sehr hohen Qualitätsanspruch haben, den man am Ende gar nicht braucht und deswegen da an allen Ecken und Enden noch rumgeschraubt hat und so ein riesiges Puzzleteil hatte, wo man genau wusste, man muss nur diese ganzen Puzzleteile zusammensetzen und dann hat man es. Ja, aber ja, also erst mal das Zusammensetzen dauert natürlich und irgendwo den Punkt zu finden, zu sagen so, das kann man verkaufen, das kann man verkaufen und wir waren ganz oft, hatten wir, waren wir eigentlich schon fertig und hatten dann aber gesagt so, man könnte aber noch das machen, man könnte aber noch das machen, man könnte aber noch das machen und so ist auch dieser wanderte Release-Termin zustande gekommen. Ich denke, im Nachgang sind wir besser gefahren mit diesen ganzen, was ich gesagt habe, dass uns das Genick brechen wird, mit den ganzen wanderten Release-Dates, die wir natürlich zum Glück nicht kommuniziert hatten. Ich glaube, das war uns das größte Glück, dass wir halt einen viel, viel besseren Inhalt haben und somit haben wir wenig negatives Feedback bekommen, sondern viel positives, also eigentlich fast überwiegend positives Feedback bekommen und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir das, hätten wir das früher veröffentlicht mit ein bisschen weniger Umfang und diesen Features, die wir jetzt halt noch irgendwie reingebrochen haben, dann hätten wir viel, viel durchwachseneres Feedback bekommen, bin ich eigentlich der Meinung. Wir können auf jeden Fall unglaublich viel lernen für die Zukunft. Ich denke auch, was du gesagt hast mit dem Release-Date, ist natürlich eine, ja noch ganz andere Angelegenheit, wenn man jetzt mittlerweile keinen persönlichen Druck mehr hat. Ich wusste ziemlich genau, okay, ich werde gerade von Kumpels finanziert, weil sich das halt herausgezögert hat und das nicht an mir lag, sondern an anderen Leuten. Wenn man halt auf Kosten anderer lebt, dann ist es natürlich auch nicht so bestrebt, erst mal die Füße hochzulegen und zu sagen so, ja, mein Gott, kann ja noch warten. Für kommende Releases wird das wahrscheinlich eher der Fall sein, wenn man dann schon sein eigenes Geld verdient und dann keinen Zeitdruck dazu hat. Ja, na klar. Wie angesprochen hast du ja dann auch ganz andere Marketing-Möglichkeiten. Ja. Du kannst ja auch die Leute dann viel mehr drauf eingrooven, zum Geld ausgeben. Klar und ich will jetzt keine Versprechung mir selbst und anderen gegenüber machen, dass das nächste Release besser ablaufen wird, also andersrum perfekt ablaufen wird. Besser denke ich schon, perfekt, ich glaube es nicht. Ja, es wird schon besser, das kann ich dir gleich so jetzt sagen. Das ging mir auch so mit der ganzen Musikveröffentlichung. Also mittlerweile lasse ich mir da schon recht große Zeitfenster und plane auch schon grob irgendwelche kleineren Marketing-Maßnahmen und sehe dann zu, dass ich das abgearbeitet bekomme. Zugegeben, einen großen Vorteil hat das mit dem festen Release, man kann eben an so gewissen Kleinigkeiten nicht mehr rumschrauben. Also in meinem Fall jetzt, Musikproduktion, und es ist halt nochmal, ja, man könnte das nochmal anders mastern, nochmal schauen, wie klingt das hier in dem Frequenzbereich, wenn ich das nochmal so ausforme. Nein, wenn das Produkt dann eine gewisse Marktreife hat, dann wird es eben veröffentlicht. Ja, ich denke, das ist aber dann auch unser eigener Anspruch, gerade bei mir und den Leuten, mit denen ich das zusammenentwickelt habe. Wir haben einen übertriebenen Anspruch. Da gucken, also da sind Sachen drin, das wird vielleicht drei Leute oder so werden, das wird denen auffallen. Viele gucken halt einfach, ja, die gucken dann halt nicht so sehr ins Detail, aber wir machen das irgendwie in der Entwicklung schon und das ist positiv wie negativ. Es ist natürlich dann ein Produkt mit mehr Tiefe, aber natürlich kostet das alles Zeit, die man im Nutzen wahrscheinlich nicht sehen kann. Das ist ja dann auch in der Tiefe, ist das eine Und das ist natürlich in der Tiefe. Auch das ist eine Wohlfenn, die ich in die Tiefe in die Tiefe, 장을 verbringen kann, dass das nicht in die Tiefe, nicht in der Tiefe, auch das ist eine Schrift. Vielen Dank.